Guten Tag und herzlich willkommen zum In-Welt-Podcast, Folge 3 mit Brigitte Mollner. Ich habe einige Zuschriften bekommen nach der letzten Sendung, wo Leute sich Sorgen gemacht haben über unsere Beziehung zueinander. Und sie haben gesagt, habt ihr noch was miteinander zu tun oder seid ihr im Streit auseinandergegangen? Nein. Die haben sich Sorgen gemacht. Okay, okay. Wir haben gestritten, ja, aber ich habe das gar nicht so empfunden, ich nehme das sportlich. Ich muss sagen, so auf lange Sicht, ich habe es ja auch dann angeschaut und auf lange Sicht muss ich sagen, ich war ein bisschen zu rechthaberisch. Echt? Fand ich, also ich habe immer so triumphiert, weil es so, hui, ich habe doch recht und so. Also im Moment ist es bei mir so, ja, die Einschätzung, dass ich ein bisschen zu rechthaberisch war, beziehungsweise immer wieder das Gleiche wiederholt habe. Und also ich schaue, dass ich es dieses Mal spannender mache. Also ich finde, das ist gar nicht schlimm. Ich habe das gar nicht so empfunden. Und ich muss ja auch sagen, wir leben in Zeiten, wo solche Debatten immer weniger vorkommen, weil Leute reden nicht mehr miteinander, die unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt Cancel Culture, die dafür sorgt, dass man sich einfach nicht mehr traut und diese Begegnungen nicht mehr stattfinden, so wirklich. Und das finde ich das Tolle, dass ich hier sagen kann, das mache ich schon wieder so, das finde ich das Tolle, dass ich hier sagen kann, was ich will, dass ich nicht darauf achten muss. Was man natürlich nicht ignorieren kann, sind Kommentare. Es gab natürlich viele Kommentare, die positiv waren, aber es gab auch negative Kommentare. Auch das gehört dazu, man lernt es einfach, wenn man Teil dieser Netzkultur ist, dass es da auch Menschen gibt, die ihre eigenen Unzufriedenheiten mitbringen und dann auch sehr, sehr bösartig werden in der Beurteilung, Bewertung eines Menschen. Wie kamst du damit klar? Hast du es gesehen? Ja, es waren so ein, zwei Sachen, die haben so rein. Und da habe ich gedacht, ja, im Prinzip hat sie recht oder eher. Ja, also ich weiß, dass von 100 Prozent immer ein Drittel dafür sind. Ja. Ein Drittel sind so in der Mitte und ein Drittel ist dagegen. Und ich glaube, von den Kommentaren her war auch so ein Drittel dagegen. Gegen mich vor allem, weniger gegen dich. Du bist ja schon den Leuten länger bekannt. Ich bitte dich klar, dass sie auf deiner Seite sind. Und da waren schon Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ja, die haben recht. Zum Beispiel Silicon Valley. Da meintest du, das kommt von Silizium. Sand. Ja, Silizium. Das ist ja. Nein, ich habe das gesagt, das sind die Chips. Silizium. Sand. Und dann sagtest du, ach, kommt daher Silicon Valley. Und Silicon Valley. Dann habe ich gesagt, ganz cool, ja. Aber Silikon ist ja ein Fugendichter. Sorry. Nein, das ist das genaue Gegenteil. Das ist so eine Paste, die dann gummiartig abziehbar ist, wenn... Ja, das passiert im Eifer des Gefechts. Und dann hat man es jetzt korrigiert und weiter geht's. Wir sprechen heute über ein Thema, was die ganze Welt bewegt. Ja. Es gibt diesen Spruch, Geld regiert die Welt. Genau. Wenn ich dir einen 500-Euro-Schein in die Hand drücken würde, es kommt darauf auf deinen Wohlstand an, ob das überhaupt dich bewegt, aber für die meisten Menschen wäre das, es allein in der Hand zu halten, würde schon sehr viel auslösen, psychologisch. Ja. Also, wir kommen an dem Thema nicht vorbei. Das ist etwas, was uns antreibt, was uns sogar in bestimmte Richtungen treibt, wo wir andere Menschen ausbeuten, betrügen. Es gibt Korruption, es gibt Geldwäsche, es gibt Offshore-Konten, Steuervermeidung. Also, Menschen sind bereit, sehr, sehr viel zu tun über Grenzen hinweg, um sich zu bereichern, weil der Wert des Geldes so hoch ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Geld natürlich auch ein Motivator, ein Antrieb für sehr, sehr viel Fortschritt und sehr viel Gutes auch. Ja. Wir haben in einem unserer letzten Videos über, das wir in New York aufgenommen haben, über das Geldsystem gesprochen, über Kapitalismus gesprochen. Heute soll es gar nicht darum gehen. Das ist keine, das war eine Kritik am System. Heute geht es eher mehr um, was macht Geld mit uns? Ja. Was macht Geld mit Menschen, mit Gesellschaften? Ja, mich würde als erstes interessieren, wie dein Bezug zu Geld ist, wie ist deine Beziehung zu Geld? Kannst du das mal beschreiben? In meiner Kindheit war das ein sehr schlimmes Thema, weil wir einfach kein Geld hatten. Ja, wir haben kein Taschengeld bekommen und es wäre gut gewesen, weil mit Taschengeld kann man lernen, wie man Geld einteilt, dass man spart, dass man mal was raushaut. Und ich erinnere mich eigentlich, bis ich im Internat war, das war dann ab 14, da habe ich dann 15 D-Mark pro Woche bekommen. Das war für mich ein unvorstellbarer Reichtum. Ich konnte mir Trauben kaufen, eine Tüte Trauben und es war immer noch wahnsinnig viel übrig. Aber bis dahin haben wir kein Geld bekommen und ich weiß, doch einmal habe ich 10 Pfennig bekommen und da habe ich mir dann so ein, wir haben Dubble-Bubble dazu gesagt, wahrscheinlich heißt es Double Bubble, also so ein Kaugummi, der war so groß und so breit, so ein bisschen kleiner wie eine, wer? War der C? Ja, ja, C und süß und unvergleichlicher gemacht, der Dubble-Bubble. Und ansonsten habe ich, ja, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, einfach einen, den ich Klebensau genommen habe. Bitte? Einen Dubble-Bubble, der schon gegessen war, gekaut, aber nicht von mir. Und wo hast du den gefunden? Ich weiß nicht, auf der Straße oder wo, ich weiß es nicht. Aber du bist ja im Waisenhaus aufgewachsen, die ersten fünf Jahre. Ja, die ersten fünf Jahre, ja. Naja, da gab es so nichts, da gab es ja gar nichts, da gab es kein Obst, genau, ich erinnere mich, gar kein Obst, zum Beispiel. Das war halt Nachkriegszeit. Man war froh, wenn es Reis gab und man etwas zu essen kaufen konnte, überhaupt Grundnahrungsmittel. Also ich weiß, da saßen wir in der Straßenbahn, sind gefahren zum Baden. Den Weg zur Straßenbahn sind wir gelaufen. Das waren drei oder vier Kilometer. Kleine Kinder. Es war, weil wir das Geld für den Bus gespart haben. Es war unglaublich. Von einem Nachbarort zum nächsten, war vielleicht drei, vier Kilometer, sind wir gelaufen, voll mit Badesachen behängt und so weiter. Und dann war da ein Kaugummi-Automat und da holte sich ein Mädchen was raus und ich wusste aber, dass dann noch fünf Pfennig runterfallen irgendwie. Und das wusste aber die nicht oder hörte die nicht und ich saß in der Straßenbahn und dann ging die und dann bin ich ausgestiegen. Die Straßenbahn stand noch, ist noch nicht gefahren. Bin ich ausgestiegen und habe diese fünf Pfennig rausgeholt. Wie hast du dich sozusagen über Wasser gehalten in der Zeit, wo Mangel da war und du gar kein Taschengeld hattest? Was hast du gemacht? Ja, ich habe, wenn Gelegenheit war, wenn Gelegenheit war, ja, wie sage ich, geklaut. Das hat aber lange gedauert, bis du es ausgesprungen hast. Du bist nicht stolz drauf, aber... Die Jugendlichen heute machen das ja sorry. Oh Gott, ja, aber da merkt man, dass es denen gut geht. Ja, die machen es für den Kick. Die machen es für den Kick, die machen es, um zu beweisen, dass sie sich getrauen, ganz cool oder was. Nein, bei mir war es einfach Not. Weißt du, ich war da, ich glaube, in der Volksschule war das, da war gegenüber ein Laden, du, die hatten Süßigkeiten, das war unvorstellbar und du kannst dir nichts kaufen und die Schule ist todlangweilig und wie bringst du den Tag rum? Und irgendwas in der Mitte musst du doch haben. Ja, und wenn es 10 oder 20 Pfennig sind und dann habe ich, ja, also nicht systematisch, aber Gelegenheitsdiebstähle schon, sei es an Süßigkeiten, Süßigkeiten oder Geld, es war... Hast du dich dabei schlecht gefühlt oder gar nicht? Ob ich mich schlecht gefühlt habe, wenn ich erwischt worden wäre, ja. Bei mir war das so, dass ich, ich habe das schon mal erzählt in einem Gespräch mit Tarek, dass bei mir zu Hause so künstliche Verknappung geherrscht hat. Das heißt, wir hatten eigentlich Geld, aber niemand wusste davon, außer mein Vater. Und Schokolade oder Süßigkeiten war immer eingeschlossen bei ihm im Keller, in seinem Büro und kam nur zum Vorschein, wenn Gäste da waren. Und ansonsten haben wir eigentlich so gut wie nie Süßes gegessen oder getrunken. Was auf der einen Seite gut ist, aber wir sind in einem, oder ich bin in einem Gefühl aufgewachsen von, eigentlich sind wir eher arm. Eigentlich haben wir nicht viel. Klar, wir haben immer Essen und so weiter, aber es gab zum Beispiel keine Wünsche. Also ich hatte, wenn ich irgendwas haben wollte, war eigentlich klar, dass immer ein Nein kommt. Ja, also es war nie so, dass ich größere Wünsche haben konnte. Ich habe mich dann irgendwann einfach sozusagen dem gefügt und habe nie so größere Wünsche geäußert, die meine Mitschüler zum Beispiel hatten. Ich habe nie Taschengeld bekommen. Das heißt, ich wusste auch gar nicht, wie man mit Geld umgeht am Anfang. Das ist, ich habe, ich glaube bis heute eine ziemlich lockere Beziehung zu Geld. Natürlich, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, wenn du Frau hast, dann achtest du mehr darauf, dann planst du auch, ja, du musst irgendwie auch dafür sorgen, dass der Haushalt läuft. Das ändert sich natürlich, aber davor muss ich sagen, Geld war so, Geld war da und Geld war nicht da und ich habe nie nach Geld gestrebt zum Beispiel. Aber ich glaube, es hätte mir schon gut getan, sehr früh zu lernen, wie man wirtschaftet. Ja, ja, Oikos, der Haushalt, ich gehe mit einer gewissen Ressource um und. Das lernt man ja nicht mal in der Schule. Nein, 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 die wichtigen Sachen lernst du überhaupt nicht in der Schule. Aber was mich interessiert, hast du dann auch geklaut? Nein, 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 das war ein No-Go. Also ich könnte das gar nicht, ich habe das, ich war. Bist du nicht, warum nicht, cool genug oder moralisch oder was? Ja, von meiner Mutter schon so eine sehr starke moralische Erziehung mitbekommen. Ja, warst du zu stolz oder zu ängstlich? Ne, das macht man einfach nicht, ich bin doch nicht böse. Oh, Entschuldigung, da fällt mir gleich die Brille runter. Macht man nicht. Macht man nicht, das hat bei mir gereicht. Ja, ja, das macht man nicht. Das macht man nicht, ich bin doch kein böser Junge. Ah, ja, 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 du hattest ja Bezug zu deiner Mutter, ich hatte ja keinen Bezug zu meinen Eltern. Für mich waren das ja Fremde, für mich waren das Fremde, bei denen ich gewohnt habe. Die hatten kein Einzelnes auf mich, meine Eltern, und dann habe ich mich halt selber versorgt. Ne, selber organisiert. Ja, Geld war für mich dann auch beruflich nie ein Ziel, muss ich sagen. Ich weiß noch, als ich bei der Süddeutschen war, haben wir Volontäre mal zusammengesessen und dann kam so das Thema auf, ja, was wollen wir denn so verdienen, was ist unser Ziel an monatlichem Gehalt? Und dann hat jemand gesagt, ja, wärst du damit glücklich, wenn du 2000 netto bekommen würdest? Und du kannst einfach schreiben, worüber du willst? Und ich habe gesagt, ja, also wenn es so wäre, wenn ich meine Freiheiten hätte, dann bin ich bereit für 2000 zu machen. Und dann hat man gesagt, ja, du bist ein, wie hat die es ausgedrückt, die Volontärin? Jemand, der eine Mission hat, ja? Und deswegen ist dir egal, was du dafür bekommst, du willst einfach deine Mission erfüllen. Ja, 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 ja. Fand ich jetzt keine schlimme Zuschreibung. Ich habe irgendwie für mich eine Mission. Ich habe keine Mission, die ganze Welt irgendwie zu verändern. Aber ich habe für mich persönlich, habe ich schon ein Ziel und da ist mir dann Geld wirklich egal. Es gibt so Momente, wo ich dann einfach für einen Inhalt, um den zu veröffentlichen auf meinem Kanal, viel mehr investiere, als was ich reinbekomme. Die ganze New York-Reise war ja so. Ja. Vielleicht habe ich gerade mal das Geld für mein Ticket wieder reinbekommen, durch das Video, was wir veröffentlicht haben. Aber ansonsten ist mir sehr wichtig, etwas zu machen mit Sinn. Es ist schön, ja, wenn du auf der Ebene bist, wenn du den Status schon hast, ja, etwas machen zu können, was du willst. Ja, aber ich war immer so. Ja, okay. Zum Beispiel, ich habe dir über mein Studium mal erzählt, das hat mich nicht wirklich interessiert, jetzt irgendwie Karriere zu machen und da irgendwelche Punkte abzusagen, Noten und so weiter, sondern mir war es wichtig zu lernen, mit den Menschen zu tun zu haben, Projekte zu machen, Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein. Studium war für mich irgendwie sehr, sehr einengend. Das war kein schönes Gefühl. Wie war es bei dir? Wie war der Übergang von im Mangel Großwerden hin zu ich will jetzt einen Job und ich will Sicherheiten? Was auch mal. Wie war der Weg bei dir? Eigentlich hätte ich Managerin werden wollen oder Regisseurin oder Tänzerin, aber das war mir alles abgeschnitten durch meine Mutter, die eben mich mit fünf Jahren aus dem Kinderheim geholt hat und gesagt hat, also du wirst Studienrätin. Naja, und wie ich dann mit der Schule fertig war mit dem Gymnasium, da stellt sich ja die Frage der Berufswahl. Und irgendwann einmal war das wie eine Erleuchtung, eine Erleichterung, du studierst Lehramt. Das war wie eine Offenbarung. 15 Jahre später habe ich gemerkt, du bist ja genau das geworden, was du nie werden wolltest, Lehrerin. Das war die Offenbarung sozusagen, der Auftrag meiner Mutter. Und dann kommt es bei mir an, die Zeit ist reif und dann erfüllt sich mein Schicksal. Also Lehrerin. Tja, und da war ich ja dann sozusagen versorgt. Als Beamtin hast du ja ausgedient. Ausgesorgt meine ich, es war unglaublich. Da bin ich erstmal jeden Tag essen gegangen nach der Schule, zum Italiener und irgendwas gegessen und dann groß und wichtig die Zeitung gelesen. Weil ich musste ja die Zeitung lesen, weil ich ja eben Politik unterrichtet habe. Also das war schon eine tolle Statussache und Geld. Ja, und ich habe das ja dann 40 Jahre gemacht und jetzt habe ich eine gute Pension. Ich habe das durchgehalten, die 40 Jahre. Und es hat sich gelohnt. Ich habe zwar nie das gemacht, was ich wollte, aber es hat sich gelohnt. Und ich versuche jetzt halt die letzten 10, 20, 30 Jahre meines Lebens dazu machen, was ich will. Du hast eine Pension und du hast eine Pension. Also das heißt, du hast einmal deine Rente, die du bekommst von deiner Arbeit als Lehrerin. Und du hast dieses Hotel bei Neuschwanstein. Eine Pension bitte, eine kleine Pension. Du musst dir ja im Alltag keine Sorgen machen. Genau. Wie oft schaust du auf dein Konto? Täglich? Nein, ich habe einen Goldesel. Nicht einen Goldesel, das ist jetzt übertrieben, aber einen Geldesel. Ich denke oft, wie muss das für Leute sein, die, also ich kriege jedes Monat mein Gehalt seit 79, seit 45 Jahren. Jedes Monat ist das Geld sicher da. Es ist eine unglaubliche Ruhe. Nein, ich schaue überhaupt nicht aufs Konto. Und ich denke oft, wie überleben denn die Leute, die von Job zu Job oder gar keinen Job haben. Es ist mir unruhend. Da kriege ich Panik. Da kriege ich absolute Panik, wenn ich daran denke. Da schalte ich ab, weil es ist zu schlimm für mich. Das ist gut. Es ist ein gutes Zeichen. Weil normalerweise ist es ja so, dass es meine Erfahrung auch mit Menschen, die ich durch meinen Beruf getroffen habe, die zu Geld kommen, ob das sehr viel ist oder viel ist. Und sie neigen dazu, sich irgendwie ihre eigene Welt sehr klein zu machen, nicht so sehr auf andere zu schauen. Diese Besessenheit vom Geld macht etwas mit deiner Psyche auch. Also du verlierst das Kreative, du verlierst Mitgefühl, Sinnhaftigkeit. Die werden enger anstatt weiter. Ja. Das ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich setze Geld ein, um etwas umarbeiten zu können, um Aktivität an Land zu ziehen. Das habe ich ja gelernt als Selbstständige. Also ich war ja Beamtin, da bin ich ja fast eingegangen. Das war ja unvorstellbar langweilig. Und auf dem Gebiet, wo ich gut bin, war ich unterfordert. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, MLM, Multi-Level-Marketing, dort bis zur Managerin gebracht. Und das habe ich gemacht von 1995 bis 2004, neun Jahre lang. Und das, wo ich dann wirklich eingestiegen bin, das war dann Gesundheitssysteme, also Magnetresonanzsysteme, 98. Bei der Firma und ja, da hat es auch geheißen. Ab 100 Mitarbeitern explodiert das dann, ja. Dann, es wird ja immer von diesem Effekt gesprochen, warte mal, wie nennt man das, nicht lineares, exponentielles Wachstum, genau. Nicht lineares Wachstum 1 und 2 und 3 und 4, sondern 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Also exponentielles Wachstum, ab 100 Mitarbeitern. Ich habe es nur bis 40 Mitarbeiter gebracht. Ja, ich hatte auch, also eigentlich habe ich es ja gemacht, um meine Schulden abzutragen erst mal. Und, also das, genau, ich hatte doch, ja, eine Eigentumswohnung gekauft, die sich als Schrott herausgestellt hatte. Die war nämlich in einem Industriegebiet. Ja, da hatte ich eben dann die Schulden, die 230.000 Euro, und die sollte ich dann abzahlen. Deshalb habe ich da eben auch angefangen bei diesem Multi-Level-Marketing. Und ja, und da war klar, dass du dann in die Hunderttausender-Verdienstzone kommst. Erklär mal kurz, Multi-Level-Marketing, wie funktioniert das? Ja, das ist das Prinzip, dass du etwas verkaufst und dann Leute findest, die das Gleiche machen wie du. Also du schulst die, leitest du an, und dafür, dass du die angeleitet hast und geschult hast, bekommst du, also bei dem Produkt, was ich verkauft habe, war ich auf 33 Prozent. Also wenn ich eins verkauft habe, hatte ich 800 Euro. Und wenn dann Leute gehabt haben, die ich geschult habe, die zu meiner Downline, das ist die Downline, das sind die Leute, die ich schule, und die Upline, das sind die, die mich schulen, also die, die über mir stehen. Das ist ein sehr, sehr natürliches Prinzip, Multi-Level-Marketing. Jede Wurzel ist so aufgebaut. Also du hast ein... Ja, das ist jetzt Verkaufssprechung. Nein, es ist wirklich so. Die Geschichte, die dir erzählt wurde, aber in der Pyramide gibt es nur einen, der wirklich profitiert. Und das ist der Typ, der da ganz oben ist. Ich nenne seinen Namen nicht. Ja, der die Idee hat, also die Natur... Und was der triggert bei dem einzelnen Mitarbeiter ist einfach nur das Streben nach Anerkennung. So ein paar Titel verteilen, Manager, und ich weiß, das ist ganz toll, die Fähigkeit ist toll, die du hattest und die du eingesetzt hast, aber das, wo er dich sozusagen reingezogen hat oder wo das System dich da reinzieht, ist einfach extreme Selbstausbeutung. Ja, ich habe es auch insofern als... Ja, es war Selbstausbeutung, aber das bin ja ich, sorry. Ja, ja, aber er profitiert davon, dass du dich selber ausbeutest und das System ist darauf angelegt, dass der Einzelne extrem viel reinstecken muss. Nee, da musst du nur an den Zahlen drehen. An welchen Zahlen? An dem, was ich von meiner Downline kriege. Also ich habe 33 Prozent bekommen von einem so MRS-System, Magnetresonanzsystem, und von der Downline habe ich, wenn die was verkauft haben, bekommen, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, ich habe es ehrlich gesagt vergessen, das sind drei Prozent oder was, und das sollte sich dann halt summieren und vermehren und vermehren. Was ich aber gemerkt habe, und das war ein Schock für mich, und da habe ich dann aufgehört. Also ich bin dann 2002 Managerin geworden, der Stufe 2, und dann habe ich gedacht, so, jetzt musste Mitarbeiter, also ich habe verkauft, ich habe zu den 20 Prozent gehört, die 80 Prozent verkauft haben, ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du die Leute schulen und eine Downline aufbauen, und es ging nichts. Was dieses System macht, ist, du hast deine Mitarbeiter, und du musst die immer wieder motivieren, gut zu verkaufen, damit du davon profitierst. Du hast wiederum deine Chefs, die dich auspeißen, ja, und dich von selbst... Da hat mich niemand gepeißt. Ja, natürlich, nicht direkt, aber natürlich war es schon ein Druck, ein gewisser Druck da, der ausgeübt wird, vielleicht bei dir in deinem Fall nicht so heftig, weil du einen Job hattest, Genau, das wollte ich sagen. Ich hatte einen Job, ich war ja Oberschulinerätin, ja, und ich hätte gar nichts tun müssen, weil ich gut alimentiert war, und habe das trotzdem gemacht, weil ich mich einfach völlig unterfordert gefühlt habe in der Schule. Also es war nicht mein Feld, ja. Ich bin schon Pädagogin, aber auf eine andere Art und Weise, ja. Nicht mit zwei Stellen hinterm Kummer errechnen, ja. Ob der jetzt eine Lebenschance hat, der Schüler oder nicht, ja. Also ich hatte es nicht nötig und habe aber... Ja, aber es liegt an meinem Ehrgeiz. Ich habe mich dann wirklich selber ausgebeutet in einem Ausmaß. Das hat mich... Da bin ich irgendwann draufgekommen, dass ich gedacht habe, also kein Oberkapitalist würde dich so ausbeuten, wie du dich selber ausbeutest, ja. Ich habe zum Beispiel in der Schule, ich habe also auch Sport unterrichtet, und da war zwischen immer anderthalb Stunden Sport und einer Viertelstunde Pause. In dieser Viertelstunden Pause bin ich noch in das Kapüffchen, das drei Räume weiter war. Da war ein Telefon, das war 1998, 1999, da gab es noch kein Handy, mit einer Liste mit Telefonnummern und habe dort versucht zu akquirieren, ja, beziehungsweise... Auch Leute in deinem sozialen Umfeld dafür zu gewinnen, hast du das auch gesagt? Ob ich das... Genau, das wurde doch immer gesagt, dass man bei... Dass man bei denen anfangen soll, aber ich fand damals, dass ich niemanden hatte. Ich hatte kein soziales Umfeld. Ja, aber es ist doch kein schönes Gefühl, die ganze Zeit auf der Suche zu sein nach irgendwelchen Kunden und so instrumentell deine Emotionen und deine Zuneigung zu Menschen auszudrücken, einfach nur damit sie kaufen. Also es ist... Das ist richtig, aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, das war ja ein Gesundheitssystem. Dann habe ich mir mal gesagt, ja, es ist ja ein Wert. Was hat es gekostet, so eins? Zweieinhalbtausend Euro. Und was hast du bekommen? Kannst du dich erinnern, was du für einen verkaufst? Ich habe gesagt, 33 Prozent, 800 Euro. Ich habe immer gedacht, ich müsste, das MLM müsste es bei Ding geben, bei Immobilienmakler. Ja, dann verkaufe ich so eine Villa für eine Million oder zwei, 33 Prozent davon, hast du fürs Nix sehr ausgesagt. So. Wie viel hast du so im Monat verkauft? Was war realistisch wirklich? Ich glaube, ich musste drei oder vier Systeme im Monat verkaufen. Ich weiß nicht, 10.000, 15.000 Euro Umsatz im Monat. Umsatz. Umsatz. Also einmal habe ich mehr verdient wie mein Direktor, einen Monat. Da hatte ich mehr als der Direktor plus mein Gehalt, aber der Clou war, dass letztendlich mir alles durch die Finger gelaufen ist, weil ich ja Seminare besucht habe, ich hatte erhöhte Benzinkosten, was weiß ich. Also es ist nichts davon übrig geblieben, gar nichts. Aber, aber, und das ist ununschätzbar, weil mein Mann hatte auch immer mich belächelt und gesagt, was soll das, was machst du da? Ja, so ungefähr alles für die Katz. Aber ich habe gelernt, am Ball zu bleiben. Was ich da erfahren habe und dazugelernt habe, das hat mich dann befähigt, in die Pension einzusteigen. Wenn ich das vorher nicht gehabt hätte, diese Eisen, das war das Härteste, was ich erlebt habe. Also Verkaufen ist das Schwerste, was es gibt. Ja, wenn ich das nicht gelernt hätte, hätte ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich die Pension bekommen hätte, aber die Schulung, die ich dadurch gemacht habe, die hat mich gestellt fürs Leben. Ja, nee, das glaube ich, das glaube ich, ja. Und da war ich dann... Das ist sozusagen dein individueller Prozess, dazuzulernen, okay, aber für jemanden, der wirklich Geld machen möchte. Ja, nee, das habe ich nicht geschafft. Ja. Habe ich nicht geschafft. Für jemanden, der wirklich darauf angewiesen ist, der zum Beispiel, du wolltest schuldenlos werden, hast du gesagt? Ja, die hatte ich dann auch los, aber weil ich den Bänker klein gehäckselt habe, auf 10.000 Euro runter. Ja, du hast dann andere Wege gefunden, das ist gut. Ja, ja, Verhandlungen. Und ich hatte aber auch einen Berater und der hat mir immer diktiert und ich habe immer geschrieben, fleißig mit der Hand auf Papier und dann mit dem Fax durchgejagt. Und dann habe ich das losgehabt. Aber für andere, die, Entschuldigung, die zu Geld kommen wollen, warum müssen, verstehe ich jetzt nicht. Also es gibt ja unterschiedliche Probleme, die Menschen haben. Also stell dir vor, eine alleinerziehende Mutter, die muss doch nicht zu viel Geld kommen. Nein, nein, nicht viel Geld, aber die sozusagen einen guten Job haben möchte für sich, die wird da reingezogen in dieses MLM-Prinzip und irgendwie hat sie das Gefühl, sie gibt mehr Geld aus. Es bleibt nichts übrig. Und sie hat einen tollen Titel als Managerin, aber... Diamant, Rubin, Safir. Das ist doch echt komisch. Da reißt du es. Aber egal. Vor allem, wenn es kleine Preise sind. Wenn, dann bitte gleich mit großen Preisen. Was viele Menschen ja antreibt, vielleicht mehr zu wollen, als was sie sich leisten können, sind ja ihre Wünsche und Träume, das, was sie definiert dann auch. Sie wollen jemand sein. Sie wollen jemanden darstellen. Das ist ja heutzutage, das ist bei dir vielleicht nicht so stark, diese Beeinflussung, soziale Medien sorgen dafür, dass wir uns ständig damit befassen, was andere Menschen in ihrem Alltag so machen. Ja, was die kaufen, was die essen. Was die kaufen, was die essen. Die definieren sich auch übers Essen. Und der Harari, Noah, oder? Harari. Der sagt ja, das wäre ja phänomenal, diese Foodfixierung. Das hat mich umgehauen, das Wort Foodfixierung. Und ich kenne das von meiner Familie her. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Da geht es nur darum, was eingekauft wird und welche Marke. Und ich denke, ja, sage mal, Foodfixierung, ja, Selbsteinschätzung übers Essen. Aber es ist ja gut, wenn es gesundes Essen ist, ja? Ja, also klar, wenn das sozusagen der Maßstab ist, dass es gesund ist, aber wenn es darum geht, ich will immer was Neues auf dem Teller, ich will, dass es besonders fancy ist, dann neigen Menschen dazu, also erstmal eifersüchtig zu sein, neidisch zu werden auf andere. Wenn du deine Reise darstellst oder deine Urlaubsfotos zeigst, dann fühlt sich eben der schlecht, der sich das nicht leisten kann. Und was ist der bereit eben für diesen Knacks, ja, für diesen Komplex zu tun, um den auszugleichen? Also das ist ja auch eine Kultur, die dann gefährlich werden kann, ja? Diese Wünsche, von denen ich gesprochen habe oder diese Ziele, die Menschen dann entwickeln, sehr viel Geld zu haben, einfach um diesen Lebensstil präsentieren zu können. Ich bin in dem anderen Video kurz darauf eingegangen, wie das kam mit dem Goldstandard der Entkoppelung, dem unendlichen Drucken von Geld, gleichzeitig Aufkommen der Unterhaltungswerbeindustrie und Kreditindustrie, die dafür gesorgt hat, dass die Leute einfach in Konsum verfallen, ohne darüber nachzudenken, ob sie sich das leisten können oder nicht. Das treibt ja auch so eine Form des Daseins an, das den Menschen sehr entfernt von sich selbst. Ja, du hast gerade erzählt, dass du danach gestrebt hast, Multilevel Marketing, du warst Teil davon, du wolltest Geld machen und um dieses Geld zu machen, ging es dann auch Richtung Selbstausbeutung. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen, ich bin ein bisschen gesprungen. Aber die Besessenheit vom Geld, da fiel mir ein, als ich darüber nachgedacht habe, der kleine Prinz. Ja. Du kennst diese Geschichte? Ja. Und der kleine Prinz ist bei dem Geschäftsmann, der auf seinem Planeten sitzt und die Sterne zählt, die er besitzt. Und er geht hin und er sieht einfach, er schaut diesem Geschäftsmann dabei zu, der kleine Prinz, wie er eben auf seinem Taschenrechner die ganze Zeit tippt und Sachen notiert und irgendwelche Statistiken macht. Und er fragt ihn, was machst du da? Und er sagt so, ja, ich zähle und ich rechne. Und, und, ja? Exupery ist, der kleine Prinz ist doch von 1950er Jahre, 20, 40er Jahre, glaube ich, oder 43 Jahre. Gab es doch keine Taschenrechner, oder doch? Ich glaube, ich habe eine moderne Variante davon gesehen, wo die das dargestellt haben und dieses Bild hatte ich gerade im Kopf. Achso, ja, natürlich, klar, das machen die. In der Originaldarstellung, die ich mir gerade angeschaut habe, hat er tatsächlich nur einen Bleistift und einen Zettel. Ja, eben. Und zählt darin und zeichnet das auf. So kenne ich das, ja. Der fragt ihn so, warum machst du das? Und er hat eigentlich darauf keine Antwort, warum er es macht. Er ist nur so stolz drauf, dass ihm all diese Sterne gehören. Und warum er sie hat, ja, ich war als erstes da oder ich habe die als erstes gesehen. Was es aufzeigt, ist so eine gewisse Sinnlosigkeit, die da drin steckt. Nein, ich sage dir was. Ja? Ich sage dir was. Ich habe, wie ich die Pension übernommen habe, dann übrigens ohne irgendwas zu wissen, ja, von Buchhaltung oder wie man sowas führt oder was das für Aufgaben sind. Also Learning by Doing habe ich gemacht und dann musste ich ja Kassenbuch führen. Da musst du ja dann immer eintragen, die Bar, Bargeldumsatz, ja. Und da musste ich dann eben Kolonnen von Zahlen, Ausgabeneinnahmen tippen. Und das ist schon ein, das ist schon was Tolles. Und zwar Zahlen haben etwas Magisches insofern, als sie Sicherheit geben. Während so in der Welt, in der ich sonst unterwegs bin, das sind Ideen oder Gefühle oder Assoziationen oder was weiß ich. Da ist alles sehr schwer, sehr schwer handelbar oder steuerbar oder du weißt überhaupt nicht, wo setze ich jetzt an. Inzwischen weiß ich ja, wie ich wo ansetze, aber das ist ein tolles Gefühl, wenn du so Zahlenkolonnen zusammenrechnest. Und das ist mir die ersten Monate und Jahre aufgefallen. Und dann wird es allerdings tödlich. Dann wird es grau und langweilige, endlose Gänge. Also das eine ist natürlich, wenn es um die Sicherheit, Übersichtlichkeit, Ordnung geht, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall da. Aber in der Geschichte geht es ja um Exzess. Es geht um diesen Typen, der eigentlich gar keine Lebensfreude hat, der den ganzen Tag eigentlich nur zählt. Und man weiß eigentlich nicht warum und was will er dann damit anfangen. Er besitzt die Sterne und dann, er ist nie auf den Sternen, sondern er schaut sich dann nur diese Sterne an. Von dem Ort, wo er sitzt und er sitzt den ganzen Tag, verpasst eigentlich das Leben. Und dann beginnt eben dieses Gespräch und die Gedanken entwickeln sich vom kleinen Prinzen, dem andere Werte wichtiger sind. Also er freut sich an den kleinen Dingen. Er sucht nach Tiefe und Bedeutung. Ja, beziehungsweise das ganze Buch ist ja Zivilisationskritik vom Feinsten. Verschiedene Sparten arbeitet er da ab und das und das und das. Und das treibt er dann eben bis zum Exzess, um aufzuzeigen, dass es eigentlich ins Nichts führt. Also, ja, ich kann das nur zurückführen auf, ja, weil sonst niemand auf dem Sternen war, auf dem Planeten. Wenn er eine Frage gewesen wäre, hätte er Kinder gekriegt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen unfair. Nein, nein, nein. Ich glaube, also ich habe viele Menschen getroffen, die so im Exzess leben und auf dem Weg zur Million oder sehr materialistisch sind. Und diese Leute schaffen es niemals, eine Familie zu gründen. Und wenn sie es schaffen, schaffen sie es nicht, diese Menschen zu halten in ihrem Leben, weil sie keine Beziehungen eingehen können, weil sie keine Liebe zeigen können, weil Liebe irgendwie eine Schwäche ist für sie. Ja, aber die sind dann nur XY. Na, 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 na. Das stimmt nicht. Jetzt kommst du wieder damit. Du hast es nicht mal ausgesprochen. Ich fühle es. Während ich es gesagt habe, wusste ich, da wird bestimmt jetzt wieder der Punkt kommen, dass es nur Männer sind. Nein, es gibt doch sehr, sehr viele Karrierefrauen. Und dann sagst du, ja, aber die wollen Männer sein. Ja, natürlich. Du kannst dich immer da rausfinden bei dem Thema. Aber, aber das ist im Menschen schon angelegt, dass er, klar, unter dem Anfall, in einem Anfall von Größen waren, der, den beide Geschlechter haben können, aus meiner Sicht. Ich habe das bei beiden erlebt. Wenn sie zu sehr auf ökonomischen Nutzen aus sind, ja, dann geht da etwas verloren. Wenn du zu sehr auf Konsum aus bist. Du meinst gierig, oder was? Ja, Gier ist ein Problem beider Geschlechter. Also es gibt die Kaufsucht und es gibt immer mehr besitzen wollen und Dinge sammeln. Das gibt es auch bei Frauen, ja. Ja, genau. Das ist dieser Sammleraspekt. Auch bei diesen Zahlenkolonnen, ja, würde ich sagen, das ist Sammeln. Der Mensch als Sammler und Jäger. Ja, das ist, ja, wenn das Gehirn eben in eine Spur geht und in einen Tunnel und den nicht mehr verlässt. Und ja, das ist, ja, okay. Okay. Es gibt ja natürlich auch einen großen Unterschied, ob du für dein Geld arbeitest und es dir aneignest durch harte Arbeit, durch Fähigkeiten, Talente, die du hast. Oder du kommst sehr schnell zu Geld. Also die meisten Menschen kommen eben in ihrem Leben zu Geld in dieser Gesellschaft. Ungefähr 40 Prozent durch Erbe. Mhm, genau. Das ist ja auch ein Riesenunterschied und da gibt es ja richtig Kämpfe zwischen Familienstreitereien, auch ältere Generationen gegen jüngere Generationen, weil die jüngere nicht gut damit umgehen kann, weil sie dafür nicht gearbeitet hat. Ja, sie haben es nicht erworben, ja, die Buddenbrocks, kennst du das, weißt du das? Ja, ja. Aufstieg, statisch und Abstieg. Die dritte Generation kann damit nichts anfangen, wenn sie nicht kapieren, dass sie mit Geld Gutes anfangen können, ja, dass sie damit unglaublich viel bewirken können, ja, wenn es da fehlt. Also wie gesagt, 40 Prozent ungefähr in unserer Gesellschaft, in einigen Ländern höher, USA ist sogar 50 Prozent, kommen an Geld durch Erbe. Dann gibt es noch Bildung oder Zugang zu Bildung. Ungefähr 30 Prozent der Menschen schaffen es durch die richtige Bildung, durch die richtige finanzielle Bildung reich zu werden. Ja, ja. In deinem Umfeld, du kannst gut vernetzt sein, Vitamin B hilft, um an die richtigen Stellen zu kommen oder du hast einfach Glück auf dem Aktienmarkt oder, ja, wo auch immer, beim Lotto. Aber das ist eher, es sind ganz kleine prozentuale Anteile, wo Menschen irgendwie auf das Richtige wetten und dann plötzlich zu Geld kommen. Und Bitcoin zum Beispiel ist für viele Menschen gerade ein Weg, sehr schnell reich zu werden. Aber dieses schnell reich werden wollen, das treibt die Menschen schon aus meiner Erfahrung dazu. Was ist schnell reich werden, Entschuldigung? In welchem Zeitraum, was meinst du damit? Also den Leuten wird ja versprochen, wenn man sich Videos anschaut auf YouTube und Werbung, man könnte irgendwie in einem Jahr oder in fünf Jahren Millionär werden. Das wird denen versprochen, das wird denen verkauft. Es gibt diese Erfolgscoaches und Gurus, die das anbieten. Naja, aber die verdienen ja nur ihr Geld damit. Fallen da Leute drauf rein? Die werden dadurch dann eben reich, dass andere glauben, dass sie reiche werden. Genau, dass sie werden können. Fallen viele Menschen drauf rein. Ich kenne einen Steuerberater, der geht immer zu einem und schickt mir dann immer Bilder von der vollen Olympiahalle. Warum ich nicht da, bumm, ich denke, sonst noch was? Ja, das ist ja eine Milliardenindustrie geworden, diese ganzen Erfolgs- und Coaches da. Ich kenne eine, die lebt vom Bürgergeld seit Ewigkeiten, spart sich aber jeden Euro, jeden Cent ab, um auf Seminare von dem zu gehen. Die Kosten des Letztes war, glaube ich, das war vor zwei Jahren, 700 Euro hat die dafür gezahlt. Ja, und sie lebt immer noch vom Bürgergeld und wird ewig vom Bürgergeld leben. Das ist krass. Da gibt es viele, die werden in dieser Illusion gehalten, dass sie irgendwas dazu gewinnen. Aber eigentlich lernen sie nur die Theorie, aber in der Praxis machen die nichts. Ja, 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 ja. Also ich habe es ja bei MLM gemerkt. Das ist ja auch, was diese Leute vom MLM in jedem Einzelnen schaffen zu triggern oder wodurch sie jemanden fangen, einfangen, ist ja die Gier irgendwo auch. Klar geht es jetzt nicht um den Superreichtum. Es geht darum, man lockt dich damit, dass du Belohnung bekommst. Ja, du bekommst Belohnung für dein Verhalten. Du hattest erzählt, dass du mal eine Erfahrung hattest mit Gier. Vielleicht kannst du mal erzählen, was da passiert ist. Ja, das macht es eigentlich nicht aus, aber du hattest mal so einen Anfall. Ja, ja, das hat mich gewundert. Und zwar war ich da auf Chur, Bad Wisssee am Tegernsee und da ist dann so eine Truppe auf die Spielbank gegangen in Bad Wisssee. Also das hat mich schlagartig überfallen. Das ist ein Gebäude, ein schönes Gebäude, symmetrisch aufgebaut. In der Mitte gehst du rein und dann, ich weiß nicht, gehst den ersten Stock. Casino Royale, das war doch ein James Bond in Montenegro. Ja, da gehst du rein, gehst die Treppe hoch, Spielhallen und Tische werden, es werden, ach so. Ach, wir sind hier in der analogen Welt, sorry. Heute gibt es das nur noch digital am Handy, oder was? Nein, das ist wunderschön. Schöne Möbel, schöne Treppen, niedrige Stufen und du schwebst da so hoch und dann kommst du in eine Halle und da sind Spieltische aufgebaut. Keine Uhren, keine Fenster, musst du auch sagen. Wusste ich gar nicht. Das ist der Trick, das ist doch der Trick. Nein! Die Leute sollen ihr Zeitgefühl verlieren. Nein! Es ist da dunkel. Ne, es gibt keine Fenster. Ja, es ist dunkel. Ne, es gibt ja Licht da drin. Ja, Licht ist ja, zählt ja nicht. Also Licht zählt ja nicht. Ja, aber du erzählst die schönen Seiten, ich erzähle einfach mal die anderen Seiten. Die Tricks, die angewandt werden. Ist ja so ein Schrein. Nein! Und Uhren auch nicht. Keine Uhren. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, naja, also das sind dann mondäne Spieltische und dann alles gedämpfte Atmosphäre und ja, und dann gibt es von mir aus Roulette und das ist ja so ein großes Rad und da wechseln die Farben rot und schwarz ab und dann wird eine Kugel geschmissen. Und wenn die Kugel zufällig auf der 72 ist und du hast die 72 gewählt, dann kriegst du das Geld, was alle eingesetzt haben vom gesamten Tisch, wird dann mit so einem Rechen, nicht das Geld, sondern die Chips, die häufen sich dann. Ja, so. Ich hatte, glaube ich, etwas gewonnen und war auf dem Weg der Hoffnung und die wurde dann zerstört und dann wurde die Hoffnung ganz groß und dann habe ich sie aber bezähmt und habe gesagt, nee. Okay. Und das war dann die Gier. Gier ist ja Hoffnung auf etwas. Dir fehlt ja etwas. Du hast ja einen Mangel, weißt du, und sonst wärst du ja nicht gierig, oder? Ja. Und der Gewinn, den du hattest, war das ein kleiner Gewinn? Ja, 50 Euro oder 50 D-Mark. Aber das ist genau der Trick. Das ist so genial. Also Casinos sind eigentlich ein Sinnbild für die Gier des Menschen. Also man kann darin sehr gut ablesen, wie der Mensch funktioniert, weil die nutzen auch alle Tricks, um das in einem Menschen zu triggern. Also du hast gesagt, ja, wenn du die 72 hast, hast du gewonnen. Aber wenn du die 71 hast, da warst du echt knapp dran. Aber du kannst es gar nicht beeinflussen. Knapp daneben ist auch daneben. Richtig. Ist auch vorbei. Und ja, 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 ja. Aber also erstens, du hast gesagt, es gab einen kleineren Gewinn, der macht die Hoffnung, dass du mehr gewinnen kannst. Genau, genau, genau. Dann das ganze Leuchten, das Schöne, was du beschrieben hast, die Geräusche, die ganze Zeit und Jubel. Gedimpft und klicken und. Genau. Ja, genau, dass du glaubst, ja, man kann gewinnen. Und das Interessante ist an Automaten auch, aber auch an diesem Roulette-Tisch, da gibt es ja den sogenannten Hausvorteil. Das heißt, ob das ein mathematisches Modell ist oder das Spiel selbst, das gezinkt ist, es soll am Ende immer das Haus gewinnen. Ja, du spielst natürlich gegen dich selbst und du spielst gegen deinen Nachbarn und was auch immer. Aber am Ende geht es immer natürlich dem Geschäft darum, immer mehr Geld zu machen. Ja, ist der Tisch dann gezinkt oder was? Dieses Rad, ist es gezinkt? Genau, also da ist es so, es gibt rechnerisch, rein rechnerisch, also ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, ich bin kein Mathematiker, aber ich habe das gelesen. Also zum Beispiel gibt es die Null und die Doppel-Null gibt es anscheinend im Roulette, ja, als Zahl. Und die ist extra sozusagen noch eingebaut, wenn die getroffen wird, gewinnt sozusagen das Casino oder das Geld geht ans Casino, ja. Dann, ja, dann ist es gezinkt, okay. Also mit einer Doppel-Null, also wenn da... Für dich gibt es nur eine Zahl, bei der du gewinnen kannst, aber bei allen anderen Zahlen gewinnen ja andere oder eben das Casino selbst. Ich bin da kein Experte drin, ich habe auch noch nie Interesse gehabt. Ich habe als Kind, ich weiß noch, sehr viele Leute, die am Automaten saßen, beobachtet, daran kann ich mich erinnern. Ich fand es immer so spannend, das zu sehen, dieses bunte Geklimper und so, ja, das fand ich schon spannend. Und ich habe diesen Leuten immer dabei zugeschaut, wie die immer nur reinstecken, immer nur reinstecken und nie gewinnen. Das ist eigentlich immer das Bild, was sich in meinem Kopf festgesetzt hat. Als Kind habe ich ganz oft das gesehen im Dönerladen oder Kiosk oder so, ja, dass da immer Leute saßen. Das sind meistens so eher korpulente Menschen, die dann einfach den ganzen Tag irgendwie Münzen reinstecken. Bier? Bier. Zigarette, grauenvoll. Ja. Und dann habe ich das irgendwann in meiner Jugend, glaube ich, das erste Mal mitbekommen, wie irgendjemand aus meinem Umfeld, ein Vater oder so von einem Freund, dass der spielsüchtig war und dann gab es nur Probleme in dieser Familie, weil der all sein Geld da reingesteckt hat. Aber ja, das ist auch irgendwie, auf der einen Seite geht es hier um Gier und immer diese Hoffnung, sehr schnell sehr viel Geld zu machen. Und das andere ist, du glaubst, du könntest irgendwie diese Ergebnisse beeinflussen. Und wenn du ein paar Mal was gewinnst, gibt es dieses Hot Hand. Das heißt, du hast so eine Gewinner-Serie und das würde sich irgendwie fortsetzen. Also irgendwie fast schon was Esoterisches dabei, dass du glaubst, das Schicksal oder irgendwas will dich belohnen. Aber am Ende ist es eigentlich nur... Furchtbar. Ganz furchtbar. Ich weiß nicht, Dostoyevsky, der Spieler, der hat das doch beschrieben. Also wenn sich jemand dafür interessiert, in alle psychischen Verwinkelungen, der Spieler von Fyodor Dostoyevsky. Und heute, also ich weiß, ich weiß, ich schaue ja Nachrichten und dann kommen auch teilweise, ja gucke ich auch dazwischen die Sendung und da ist dann Werbung Wunderino. Und das ist ja erlaubt, das ist ja der Witz, das ist gesetzlich erlaubt. Ja, es gibt starke Einschränkungen für Online-Glücksspiel, aber man hat so Umwege gefunden. Also zum Beispiel die ganz junge Generation hat sehr früh Kontakt zu Glücksspiel durch Online-Spiele. Und dann gibt es fünf Spiele umsonst erstmal. Teilweise gibt es ja eine eigene Währung in diesen Spielen. Und da gibt es zum Beispiel ein Spiel, was sehr oft gespielt wurde in den letzten fünf Jahren, das heißt Fortnite. Und da waren sehr viele Kinder süchtig danach. Da war es so, ja, man kann es kostenlos spielen bis zu einem gewissen Punkt. Und dann gab es Elemente, die eingebaut wurden, wie eben zum Beispiel so ein Automat, also mit diesen, die Räder, die sich drehen. Ja, und man konnte daran erst drehen, wenn man die Kreditkartendaten eingibt, um dann bestimmte Coins zu bekommen. Und mit diesen Coins kann man dann irgendwie aufsteigen. Oh, ja, 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 ja. Oh, das ist ja gemein. Ja. Und das ist eine. Und bei etwas Älteren sind es eher Sportwetten, die sich sehr stark verbreitet haben. Also man glaubt irgendwie besonderes Wissen über eine Sportart zu haben und die dann einzusetzen. Aber wozu es dich antreibt, eben durch diese Quoten ist, dass du eher gegen die Wahrscheinlichkeit tippst, um sehr viel Geld zu machen. Ja, natürlich. Klar. Dann kannst du viel Geld machen, wenn der Fall des Falles eintritt. Also es ist schon im Menschen drin, lieber nicht zu viel hart arbeiten, um Geld zu machen, was dann auch lange dauert. Es kann dann 10, 15, 20 Jahre dauern, bis man sich was erarbeitet hat. Aber die Leute wollen eben immer sehr, sehr schnelle Ergebnisse, werden ungeduldig. Das nutzt dann diese Industrie aus bei Menschen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Investierst du an der Börse? Ja, ich gebe zu, ich habe Aktien. Ja, du musst dich doch nicht schämen dafür. Und sind das so langfristige Sachen, also ETF oder bist du auch... Was ist ETF? Was ist das? Das sind so Pläne, in die du investierst. Also das macht die Bank für dich, die sagt, okay, du willst 10 Jahre oder 20 Jahre lang Geld irgendwo halten und das soll investiert werden in bestimmte Finanzprodukte. Dann machen die das für dich. Ich sage dir was, ich liebe ja Indien und habe Geld investiert in Infrastruktur in Indien. Okay. Ich glaube, das war, ich weiß es nicht, 2010 oder was, ich weiß nicht, wie viele tausend Euro investiert. Infrastruktur in Indien, die sind abgekackt wie nichts. Okay. Ich habe sie verkauft und was haben wir jetzt? Indien ist groß am Hochkommen. Hätte ich sie nicht verkauft. Du musst wirklich, wenn du Aktien hast, vergiss es, vergiss sie und guck 30 Jahre später drauf oder 10 Jahre später. Ich habe sie verkauft, weil ich, ich war so enttäuscht, weil ich Indien so liebe, habe ich gedacht, du musst da was geben, du musst da was geben. Was ist denn hier los? Ja. Und es ging nicht und ich habe sie verkauft. Ja. Also ich bin da nicht besonders gut, muss ich sagen. Im Moment habe ich in Ding investiert, in Video oder, wie heißt das, in Video oder und zwar in irgendwie Chipshersteller. Nvidia. Nvidia. Ich habe investiert und Siemens und verschiedene Sachen. Ja, habe ich. Und der Banker ist so, dass er sagt, ja, Frau Mollner, jetzt haben wir noch 10 Prozent von den Aktien. Ja, nee, da hätte ich eigentlich sagen müssen, wissen Sie was, wenn es sowieso nur 10 Prozent sind, dann lohnt es sich nicht zu verkaufen. Nein, ich habe keinen Sammeltick. Okay. Nix, also kein Hobby in der Hinsicht. Doch, ja, ich sammle Beziehungen. Ich sammle Verbindungen, weißt du. Das interessiert mich, wo ich helfen kann oder was verdienen kann oder wo was lustig ist oder so, ja. Aber das sind Menschen. Das ist sehr, sehr unterschätzt. Also teilweise sind Beziehungen viel, viel wertvoller als irgendwelche Investitionen, Geld und so weiter in Anlagen. Ja, natürlich. Beziehungen kannst du nicht kaufen. Ja, beziehungsweise da können wir direkt überleiten zum Stress der Reichen, oder? Ich habe vor, das ist 2016 gewesen. 2016 habe ich eine Geschichte gemacht über Lottomillionäre. Ja. Die haben bei der SKL-Show RTL, haben die sieben Millionen Euro gemacht. Uff. Sieben Millionen ist schon gut. Ja. Das ist gut, ja. Sieben Millionen ist gut. Ja, sieben Millionen ist gut, wenn du nicht nur konsumierst, sondern es klug anlegst. Das ist ja nicht konsumieren. Du kannst ja auch nur essen und aufs Klo gehen. Die Leute kommen auf Ideen. Wenn die eben so viel Geld auf dem Konto haben, kommen die schon auf Ideen. Und jetzt erzähle ich dir mal kurz, was bei denen passiert ist. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt sogar in der Wissenschaft einen Begriff dafür, das nennt sich Sudden Wealth-Syndrom. Sudden Wealth, also plötzliche Reichtum. Plötzliche Prinzessin. Und bei denen, die hatten Jobs, die sie erfüllt haben. Der eine, der hatte eine Meisterwerkstatt, die andere hatte einen Textilladen für Frauenmode, glaube ich. Wunderbar, wunderbar. Und es lief alles gut und dann kam eben plötzlich das Geld. Das ist ein Schock. Das hat sich verbreitet, natürlich über die Medien. Aber das würde heute nie mehr gemacht werden, oder? Du darfst die Namen nicht nennen, sorry. Das stimmt, aber in dem Fall war es so, dass die Frau... Das ist ja unmöglich. Ja, aber in dem Fall war es so, dass die Frau an Homestories interessiert war. Die hat dann angefangen, ihr Geld zu zeigen, ja. Und, ja, ja, die hat für die Bunte und für... Ach, du liebes bisschen. Kennst du ja auch bei RTL, dann haben sie sich eben dargestellt. Ja, Aufmerksamkeit. Sie sind jetzt was anderes, was Besseres, okay. Okay, so, und was war der erste Effekt? Die haben natürlich ein gewisses Misstrauen gehabt, weil wenn du Geld hast, kommen Leute um dich herum und wollen Geld von dir. Ja. Erstmal in der Familie, aber dann auch Freunde und so weiter. Das ist ja okay. Aber dann haben die das Gefühl gehabt, dass sie beklaut werden. Also, zum Beispiel, die Leute wollen ihre Rechnung nicht mehr zahlen. Ja, wahrscheinlich war es dann auch so. Also, er hat weitergearbeitet in seiner Meisterwerkstatt, hat das Ding ausgeliefert und hat das Geld nicht mehr bekommen, weil die gedacht haben, der ist so... Ah, das ist ja furchtbar. Und dann bei ihr wurde anscheinend, also wie sie erzählt, wurde dann plötzlich immer mehr geklaut. Im Laden. Im Laden. Die haben den ausgeräumt. Weil es ja die dreieinhalb Millionen hat, okay. Sie? Ja, weiß ich jetzt nicht. Na, sie dreieinhalb und er dreieinhalb. Ach so, okay. Ich hätte es schon gleich... Hast du das schon geteilt? Brav geteilt. Ganz fair. Ja, natürlich. Okay. Und das nächste war, die hatten immer das Gefühl, dass die Leute auf eine bestimmte Weise auf sie blicken. Ja, also, dass sie neidisch sind. Und dann haben die sich, haben die ihren Wohnort gewechselt. Die konnten nicht mehr in dieser Wohnung leben. Und haben sich dann eine Villa hingestellt, ich glaube für zwei Millionen eine Villa geholt. Also waren es nur noch fünf Millionen. Ja, ja. Und haben am Ortsrand so ein Großhaus, ich war da drin, ja, also riesig für zwei Menschen. Ach, du hast recherchiert direkt bei denen? Genau. Ach so. Also die haben sozusagen sich geöffnet für eine Geschichte über sie, die wollten ein Porträt von sich. Schon wieder? Ja. Ist doch schon mal daneben gegangen. Aber jetzt bei einer seriöseren Zeitung. Genau, genau. Da kommen dann bessere Menschen und bessere Reaktionen. Ja, die hatten, ich habe schon sehr schnell zu denen eine sehr gute Beziehung gehabt, weil die gemerkt haben, okay, TS hat es nicht auf unser Geld abgesehen. Ja. Und ich habe mit denen über alles Mögliche gesprochen, über was auch immer. Die haben sich auch für viele verschiedene Themen interessiert und wir haben gute Gespräche geführt. Aber die waren so unfassbar allein, so einsam in dieser Villa. Und wie gesagt, die haben am Ortsrand gelebt mit so einer fetten Mauer drumherum. Und sich auch noch isoliert durch die Mauer, ja. Und das Einzige, was da irgendwie sich bewegt hat bei denen, war so ein Staubsaugroboter. Das war das Einzige. Und dann war Stille in diesem riesigen Haus. Ja, grauenvoll. Keine Kinder? Keine Kinder. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich. Und die waren irgendwie so, die haben versucht, ihr Leben zu genießen, aber irgendwie fehlte da was. Und die haben dann erzählt, und da kommen wir zu deinem Thema, die haben erzählt, die wurden von Franz Beckenbauer auf ihre Yacht eingeladen. Und die haben sich dann eben so hergerichtet und sind dahin. 2016, da war doch der Skandal mit den Sommerspielen, da kam der Skandal auf. Ja. Um Gottes Willen. Okay, Franz Beckenbauer. Okay. Und die waren auf seiner Yacht und haben sich irgendwie so toll gefühlt, dass sie Teil dieser Elite sind jetzt, ja. Aber haben schnell gemerkt, dass sie bei denen ganz weit unten waren. Weil erstens, deren Geld schrumpft. Die geben nur aus. Die machen nicht Geld. Genau. Du musst das, danke schön, darf ich schnell. Du musst ja einen zwischen Zufluss und Abfluss finden. Ja. Jetzt war es in dem Fall so, die waren dann eben auf dieser Yacht und haben schnell gemerkt, okay, sie gehören nicht wirklich dazu. Ja, natürlich nicht. Also die Superreichen, die sehen es an deiner Kleidung, egal wie du dich angezogen hast, wie du dich gibst, wie du dich verhältst, wie du läufst, wie auch immer. Also da gibt es ja ganz andere Maßstäbe und die haben dann gemerkt, okay, wir fühlen uns da auch nicht wohl. Wo gehören wir eigentlich dazu? Und deswegen auch diese Einsamkeit, diese Isolation. Also erstens, das Geld kam, die waren total überfordert. Dann Stress, ja, wer will was von, diese Panik, Paranoidität irgendwie. Und dann Isolation, Misstrauen und irgendwie auch so eine Identitätskrise, in die sie gestürzt sind. Natürlich. Ja. Natürlich. Die hatten doch ihren Beruf. Das war doch alles richtig. Die Wohnung, das war alles richtig. Hat alles gepasst. Das habe ich mir wirklich überlegt. Wenn ich viel Geld hätte, bin ich auf einen Schlag, was weiß ich, wie viele Millionen bekäme, dann habe ich gewusst, dass eine irre, irre, irre Arbeit auf mich zukommen würde, zu gucken, wo investiere ich. Natürlich, ich weiß nicht, Klimaschutz, Menschenrechtsschutz und so weiter, aber es ist ja so schwierig, liefern die wirklich, was sie versprechen und so weiter. Also ich glaube, wenn man, also hier ein Tipp für die Leute, sollten sie mal viel Geld verdienen oder auf einen Schlag haben, dann erst mal liegen lassen. Das kann sein, dass sie ein Jahr warten müssen, zwei Jahre warten müssen, drei Jahre warten müssen. Nur anlegen, nichts davon sagen, nichts davon sagen, nichts am Lebensstil ändern oder was, weil sonst kommt man in die Falle, in die diese Leute gekommen sind. Also ich kriege richtig Beklemmung, wenn du das erzählst. Ist mir völlig klar, was da passiert ist. Identitätsverlust, die, wer sind sie noch? Als ich diese Geschichte publiziert habe dann, über deren Erfahrungen mit Reichtum, haben die sofort Angst bekommen, einen Tag später, weil die Leute hatten plötzlich Mitgefühl und das wollten die auch nicht. Ja, Mitleid ist natürlich auch nicht gut. Ja, die wollten auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie aber ihre Trauerstories erzählt und haben gedacht, dass ich, dass ich die immer noch gut, also dass es immer noch was Tolles ist, dass sie so super reich sind. Aber ich hatte auch total Mitgefühl, so wie du gerade, irgendwie Beklemmung und so weiter. Und dann habe ich diesen Text geschrieben und die haben am nächsten Tag gesagt, wir ziehen den zurück und haben dann eine Online-Version veröffentlicht wollen, wo Passagen dann rausgestrichen waren. Und meine Chefredakteurin ist dann eingeknickt. Man glaubt ja irgendwie, dass man, je wohlhabender man ist oder viele Menschen, die naiv sind, die glauben, dass man dann sorgenfrei erlebt. Aber das sind einfach andere Sorgen. Das sind andere Sorgen. Absolut, absolut bestürzend, die Vorstellung. Das bricht ja alles ab. Alles, die Beziehung zu allen Leuten, alles. Die können auch damit nicht umgehen. Das ist ja wie ein Tsunami. Das spürt dich weg. Du bist, das war es dann. Wie bist du mit deinem Erbe umgegangen? Ja, ich habe schon gedacht. Ich weiß, ich war zu Hause, habe den Anruf von meiner Halbschwester bekommen. Die hat gesagt, ja, Brigitte, du gehörst da mit zu den Erben. Und das war ja eine irre Geschichte. Und das ist dann verteilt worden. Ja, also es war nicht viel. Aber na ja, also das Geld, was ich da bekommen habe, das war nicht so viel. Und also in München vor allem nicht. Ja, da kostet eine Eigentumswohnung eine Million. Und das war, was weiß ich, 15 Prozent davon oder was. Also völlig lächerlich. Aber was es war, dass ich, weil ich habe immer gedacht, ich käme aus einer armen Familie, sowohl Vaterseite als auch Mutterseite. Und das war schon eine Ehre irgendwie. Weißt du, es hat meinen Status aufgewertet. Ich bin eine Erbin, so. Ich bin Erbin. Und ich weiß noch, wie ich vor mir hergesagt habe. Ich war irgendwie am Mittagessen herrichten. Ich bin jetzt eine andere Person. Ich bin eine andere Person. Ja. Und dann war das Geld weg? Nein, das Geld war nicht weg. Das Geld war nicht weg. Ja, es ist, irgendwie habe ich dann gedacht, ja, wo ist es denn jetzt? Hast du angefangen, ab dem Punkt, wo du das Telefonat hattest, einfach nicht zu planen? Nee. Hast du das einsetzt oder nicht? Nee, ich habe halt ein bisschen, ich war großzügig bei einem Teppich. Okay. Bei einem Teppich war ich großzügig. Ich stehe ja auf Teppiche. Ja. Unglaublich. Und ja, ich weiß auch nicht. Also es war dann schon, nach einem Jahr habe ich mich dann schon gefragt. Da war doch das und das, dieser Betrag. Wieso sind jetzt nur noch 15 Prozent davon übrig? Aber, und dann hatte ich aber was vergessen. Also man muss sich eigentlich die Sachen alle aufschreiben, ja. Die, die Geldgeschäfte. Du, ich war da ja auch schon, ich war da ja auch schon 55, ja. Ja, nein, aber es hat meinen Status geändert auch wieder. Und das hat dann auch bei dem Pensionserwerb dann auch gewirkt. Also du bist dann einfach aufgewertet und bist jemand und, ja. Und nicht mehr, ich dachte immer, ich wäre eine arme Kirchenmaus. Ja, also ich habe das einmal gespürt. Ich war da auf dem Seminar in Stuttgart, das weiß ich noch. Beziehungsweise ich habe ja mit Reichen zu tun gehabt, über die Magnetresonanzgeschichte. Da war ich ja in Reichenhäusern. Und ich weiß nicht, irgendwann einmal hat es mich überfallen, beziehungsweise es war eine Offenbarung oder was. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, reich zu sein. Also sagen wir ruhig auch super reich. Das muss ja das Allerschlimmste sein, was es gibt. Wir haben ja gesagt, ah, du weißt nicht, ob du geliebt wirst deines Reichtums wegen. Oder, und das Zweite, und das ist das viel, viel Schlimmere, wenn du top, top, top reich bist, und nur reich bist. Also sagen wir mal, nicht geistige oder emotionale oder humane Werte hast. Dann hast du tagtäglich nichts anderes zu tun, als irgendwelche top Dinge zu kaufen und zu benutzen und zu zelebrieren. Und zwar in Konkurrenz, im Wettbewerb mit den anderen Reichen, weil du kennst ja dann die anderen Reichen. Und du weißt ja, was die haben. Und oh, das und das hat die. Und wieso hast du das nicht als Erste gesehen? Verdammt noch mal, wieso hat die Kuh das und ich nicht? Ja, also es muss fürchterlich sein, ob ich einen Schuh kaufe oder einen Schuhkastel oder die Wohnungseinrichtung oder das Haus oder den Garten, es muss fürchterlich sein. Du musst alles, alles, alles muss absolut top sein. Entsetzlich, entsetzlich. Also das ist so eine Art Binnenkonkurrenz, die die Reichen untereinander haben. Du, also ich, 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 ich könnte nur den ganzen Tag kreischen, wenn ich superreich wäre, ja? Ja, ja. Also das ist der Stress der Reichen, ja? Diese Binnenkonkurrenz. Ja, und der Stress der Armen. Was, welchen Vorteil haben die Reichen? Ja, genau. Natürlich haben sie den Vorteil, wenn sie eben hier oder hier was haben, dann können sie natürlich Projekte machen. Und das weiß man ja, dass die reichsten Leute der Welt auch die Politik beeinflussen, die Murdoch, die Medien und Facebook, wie wir miteinander kommunizieren und, ja genau, Zuckerberg und Winhammer, den anderen, der Impfkampagnen fährt, ja? Da wird natürlich das Weltgeschehen mit beeinflusst. Also das ist, äh, das... Das kann den Größenwahn auch füttern. Ja, natürlich, ja klar. Aber bei den größten Größen. Ja, natürlich, beziehungsweise wenn du mit anderen Größen wahnsinnig zusammen bist, merkst du das ja nicht. Das stimmt. Das ist ja der Witz. Du meinst ja, das wäre, äh, und das ist ja die Blase, in der die Leute sind und nicht merken, wie abgehoben sie sind und wie vom Leben entfernt sie eigentlich sind und von dem, was die Bevölkerung wirklich, äh, braucht oder interessiert, ja. Weshalb sie auch so gehatet oder, was weiß ich, gefeiert werden. Äh, äh, was sagst du eigentlich zu dem Satz aus der Bibel, er geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als das ein Reicher ins Himmelreich eingeht? Oder das, bitte? Ich sag nur XY. XY, aber nein, es gibt auch geizige Frauen. Stimmt. Nein, aber nein, es, wenn du reich bist mit Kopf und Verstand, mit Herz und Verstand, dann stimmt das nicht. Aber so ein, so ein, so ein, so eine alte geizige oder so ein alter, äh, äh, verkrusteter Reicher, das ist natürlich klar. Der stirbt lieber, als dass er, äh, irgendwas abgibt. Ja, natürlich. Geiz ist ja auch im Christentum, gehört ja zu den Todsünden. Geist? Geiz. Ach, Geiz, jetzt. Ja. Okay, ja. Ähm, aber ich meine jetzt, ohne dass du jetzt ans Himmelreich glaubst, ja, äh, was sagst du zu der Aussage, die da drin steckt? Eher geht ein, ähm, ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein, äh, dass ein Reich an den Himmel kommt. Ja. Ja, also erstens, äh, bezieht sich das nur auf Männer. Ja, früher hatten Frauen ja kein Geld, das ist das Erste, was ich sag. Zweitens, äh, äh, das ist ein sehr drastisches Bild, Kamel durchs Nadelöhr, richtig. Das wird eng. Und was soll ich noch sagen? Ne, ich würde mich interessieren, ob du verstehst, was damit gemeint sein kann. Ich finde, das liegt auf der Hand. Ja. Hartherzigkeit, Hartleibigkeit, Fantasielosigkeit, das, das, das verbinde ich alles so mit, äh, ähm, mit diesem sterilen auch Reichtum, ja. Ja. Es macht ja auch so steril. Weißt du, wenn du nicht Leid erfährst, wenn du nicht, äh, wenn du das nicht kennenlässt, dann, dann bist du auch nicht menschlich. Ja, wenn du nicht Härten ausgesetzt bist. Ja, ja, ja. Du willst es ja ausmerzen aus deinem Leben. Du willst ja gar keine Ungewissheit. Du willst alles unter Kontrolle haben. Ja, aber dann, äh, entwickelst du dich nicht. Ja. Ja, ja, ja. Das ist klar. Das ist der Punkt, ja. Ja, du bleibst stehen. Steril. Ja. Ja, statisch. Und deshalb sind eigentlich alle großen Religionen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ähm, sind jetzt nicht reichtumsfeindlich. Da gibt es natürlich unterschiedlich, Unterschiede. Aber sie sind schon sehr skeptisch gegenüber Menschen, die sehr viel haben, weil sie eben auch, ähm, geizig werden, ja. Weil sie immer mehr anhäufen, weil gierig werden und vielleicht auch eine gewisse Kälte oder Abneihung gegen Menschen entwickeln, die weniger haben. Das ist auch eine Sache, also dieses Abschotten, ja. Ja, dieses Meinen, dass sie den Reichtum sicher erarbeitet haben. Ja. Und die, die nicht, äh, die kein Geld haben, die sind zu dumm oder zu faul oder zu blöd dazu. Ja. Ja. Was ja auch sein kann, aber ist so pauschal zu denken. Gut, dass du es gesagt hast. Das kann ich. Ich denke es manchmal auch. Nein, aber weißt du, was, weißt du, was ich denke, was, 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 was ich empfinde, dass ich wirklich froh bin und dankbar bin, dass ich, äh, spenden kann, ja. Oder, dass ich, äh, mir das erlauben kann, Leuten Geld zu geben, das ist, äh, da bin ich unendlich dankbar. Ja. Das war früher unvorstellbar, da, weißt du, von der die bin zur, zur, äh, zur Geberin. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja? Ja. Ein guter Film, ja. Der Weg, ach so, okay, okay, okay. Ich habe über Religionen gesprochen, auch, ähm, es gibt verschiedene, äh, asiatische Philosophien, die ja auch vor dem Reichtum warnen, ne. Auf der einen Seite, ähm, ich erinnere mich irgendwie auch im Christentum an die Prosperity Preacher, also die predigen den Wohlstand. Ach, die Amis, ja, ja, natürlich, klar. Also das ist sehr stark miteinander verknüpft. Ja, ja, ja. Äh, das heißt, wenn du Gott so und so viel gibst, kriegst du so und so viel, äh, Prozent. Ah! Kaufmännisches Denken. Genau. Investition. Ja. Ja, aber, ähm, wir haben ja im Vorfeld auch ein bisschen darüber gesprochen, im Christentum gibt's ja die Vorstellung von, was hast du gesagt? Ja, also es muss fürchterlich sein, ähm, nicht zu wissen, wo ich am nächsten Tag das Essen herbekomme, ja, oder Grundbedürfnis ist sauberes Wasser. Ich weiß nur zum Beispiel, dass, äh, das Lithium der E-Authers in Kolumbien abgebaut wird und dass die Bergvölker, dass denen inzwischen das Wasser fehlt und dass sie, äh, kein Trinkwasser mehr haben. Also es ist unglaublich, ja, also genau dieser Reichtum, den wir hier haben, ja, den, äh, schöpfen wir woanders ab und, 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 und wir machen Leute damit arm, beziehungsweise fressen ihnen die Haare vom Kopf, ja. Ja, da gibt's ja diesen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der sagt, dass wir die Welt aufessen, die anderen, ja, und, ähm, äh, also, das, glaube ich, muss sich, äh, nicht ausführen, aber, äh, Reichtum, äh, Armut hat, äh, zumindestens moralischen Vorteil, man hat, äh, die Moral auf seiner Seite, ähm, ähm, denn das Christentum kehrt das ja um und sagt, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein, ja. Ja, das Christentum ist ja, hat ja seine Anhänger zumindest vor 2000 Jahren so dadurch gewonnen, ja, dass es, äh, die armen Leute angesprochen hat und es waren verdammt viele Leute damals arm. Ja, das Armsein hat, äh, durchaus einen Vorteil, äh, sie sind nicht in diesen tödlichen Wettbewerb der Superreichen verwickelt, das, da, 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 da machen die nicht mit, sondern, äh, sie können sogar die Moral, sie sind sogar auf der richtigen Seite, ja, sie, ähm, äh, sie werden, ähm, zumindestens im Paradies belohnt. Ich habe Soziologie gehabt und da hieß es, und das fand ich wahnsinnig spannend, ja, vor 50 Jahren, die Vergratification Pattern, also verzögerte, wie sagt man, verzögerte Belohnung, ja, Gratification, also Lohn, Pattern, Muster, ja. Ja, das, äh, äh, entscheidet eben drüber, ob du im Leben Erfolg haben bist oder nicht. Wenn du verzichten kannst, äh, im Moment, äh, um, äh, später, äh, mehr zu erhalten, dann wirst du erfolgreich werden, wobei ich, äh, ja, genau, so wird das beschrieben. Und das ist ja das Christentum, äh, das Christentum ist ja damals, äh, vor 2000 Jahren, das waren ja die Armen, wirklich, die, äh, äh, Knechte, die, äh, die, ähm, die Mägde, die Besitzlosen, die Kranken, äh, und, äh, die sind ja, äh, so ab, äh, ja, im Lauf der Jahrhunderte dem Christentum nachgelaufen, bis dann Konstantin 300, was weiß ich, nach Christus, das Christentum zur Staatsreligion erhoben hat. Und das war einfach eine Religion der Armen, der zu Kurzgekommenen. Ja, und das Christentum gilt bis heute. Und also die Armen haben zumindest die Moral auf ihrer Seite, das Christentum auf ihrer Seite, die Religion und die Vorstellung vom Paradies, dass es da eben schön sein wird. Und ja, ich weiß auch nicht, was die den ganzen Tag machen. Im Hinduismus ist es ja interessant. Da gibt es dieses Streben nach Reichtum eigentlich nicht, wenn du zu den unteren Kasten zählst. Die Reichen glauben, dass das Schicksal sie auserwählt hat, so zu leben. Und die Armen glauben, dass diese auserwählt sind. Das ist wahnsinnig statisch. Ja. Also auch die Reichen, sehen die da keine Entwicklung, keine Geschichte? Das ist ja etwas Gewordenes. Das ist ja nicht, das hat sich doch entwickelt. Und was mich bei den Armen wundert, wollen die nicht Hoffnung haben? Freuen die sich nicht, dass sie sagen, wow, ich mache jetzt das und das und dann geht es mir besser? Haben die das nicht, diese Freude? Also man muss natürlich sagen, dass heutzutage in Indien diese Idee nicht so sehr verbreitet ist. Also die Leute glauben weniger daran. Aber wenn wir vor 50, 60 Jahren in Indien die Leute gefragt hätten, hätten die allermeisten gesagt, ja, ich hoffe, dass ich im nächsten Leben eben mein Glück habe. Bei der Neugeburt oder Wiedergeburt. Ja, genau. In diesem Leben erhoffe ich mir gar nichts. Es wird einfach das, was ich tue, auf die beste Art und Weise machen. Und Karma-Punkte sammeln. Genau, genau, genau. So Rabattsystem. Genau. Rabattmarken. Payback. Ich gucke mit dem Rabattbuch im Devachon an und sage, hier, das habe ich mir erarbeitet und bitte ein besseres Leben. Okay, ja gut. Ja, im Islam zum Vergleich ist das alles ein bisschen rationaler. Es gibt nicht diesen Fatalismus. Also es gibt die Pflicht zum Beispiel für jeden Einzelnen zu arbeiten. Also man soll nicht drum sitzen und, also was überhaupt nicht geht im Islam ist Betteln zum Beispiel. Auch wenn Muslime zum Beispiel einem Bettler was geben würden, heißt es aber nicht, dass Betteln als etwas Gutes angesehen wird. Ein Muslim, der bettelt, das ist eigentlich total verpönt. Du sollst für dein Geld arbeiten gehen, Nummer eins. Und in Indien ist es so, dass Betteln ein Beruf ist. Das ist ein richtiges System. Dann, also arbeiten auch deshalb, weil die Versorgung Pflicht ist, also Kinder zu versorgen, Familie zu versorgen. Genau, genau. Dann gibt es im Islam ein System, das nennt sich Zakat. Das ist die Almosensteuer. Das heißt, jeder, der ruhendes Kapital hat, der zahlt 2,5 Prozent in einen Topf und das wird dann an die Armen verteilt. Ja, das ist sozusagen die Umverteilung, aber der Islam ist zum Beispiel auch für den freien Markt. Es soll Wettbewerb geben, das ist im Menschen drin, dass der Wettbewerb sorgt dafür. Ja, eben, natürlich, Ehrgeiz. Genau. Aber es braucht Regeln, es braucht auch eine gewisse Verantwortung derjenigen, die sehr viel haben. Ja, eben, das ist endlich der Begriff Verantwortung. Wenn ich viel Geld habe, dann muss ich mir überlegen, wie gebe ich das in die Gesellschaft rein oder Einzelnen. Ja, das ist einfach, ja, Verantwortung, ja. Also Reichtum ist nicht verpönt, auf der anderen Seite ist aber ein Leben in Bescheidenheit, also Minimalismus, wird sehr gefördert. Auch der Prophet selbst hat gesagt, dass er ein Leben lebt als Reisender. So soll man leben in diesem Bewusstsein, dass man nicht für immer da ist. Und er hat das Bild geprägt, dass er gesagt hat, ja, so als würde man wie ein Reisender kurz Halt machen an einem Ort, um dann weiterzuziehen, nicht zu sehr an dem Materiellen zu hängen. Das ist eigentlich, ja, universell kann man sagen. Ja, ja, ja. Ja, und beim Erlangen von Reichtum gibt es dann bestimmte Prinzipien, also Thema Gerechtigkeit oder Ehrlichkeit ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Die Dankbarkeit, aber das kennt man vielleicht auch aus dem Christentum, ja, Dankbarkeit. Reichtum ist aus der Sicht des Islam nichts Schlechtes. Der Mensch wird geprüft durch Reichtum, aber auch durch Armut, beides. Genau, geprüft, das ist eine Prüfung, das meinte ich auch mit Stress der Reichen, die Prüfung der Reichen, beziehungsweise wenn du irgendwo ganz oben bist, dann zeigt sich erst, wer du wirklich bist, ja. Ja, ich hatte ja beides. Ich hatte Armut, ja, aber Reichtum würde ich jetzt nicht sagen, es ist Wohlstand, es ist, also Wohlstand. Aber welcher Reiche würde sagen, dass er reich ist, habe ich selten gesehen. Aber gut, wir glauben dir mal. Nein, 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 um Gottes Willen, nicht, dass die Zuseher jetzt meinen, ich wäre reich. Die Pension gehört mir schon nicht mehr, ich habe schon wieder abgegeben. Okay. Das gehört der Wiki. Ich habe das übergeben vor anderthalb Jahren. Ja, aber wenn jemand von euch Interesse hat, Neuschwanstein mal unterzukommen, sehr schön gelegen. Zu übernachten, ja. Okay. Dann? Willst du jetzt noch den Namen sagen? Ja, sag. Und, wie heißt es? Machen wir Werbung. Ja, Romantikpension. Okay. Wobei das der Name ist, den meine Freundin gegeben hat. Sie hat sich das gewünscht, Romantik. Und es heißt Romantikpension, ja. Ja. In Hohenschwangau. Gut. War ein schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Diesmal war es sehr erzählerisch. Willst du was sagen? Ja, nein, nein, mach du zu Ende und dann sage ich. Also, bist du fertig? Gerne immer wieder. Kommentiert, liked, teilt das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Danke fürs Zusehen. Danke dir für das Gespräch. Danke dir für das Gespräch.